Die FDP kommt in einer neuen Umfrage wieder auf 5% und würde demnach den Wiedereinzug in den Bundestag schaffen. Im aktuellen ARD-Deutschland-Trend legt sie um einen Prozentpunkt zu. Das Bündnis Sarah Wagenknecht kommt auf 6%, würde damit ebenfalls ins Parlament einziehen. Bei der Sonntagsfrage von Infratest-Team-Up ist die Union mit 29% weiterhin stärkste Kraft, vor der AfD mit 19%. 16% der Befragten würden die SPD wählen, 14% die Grünen. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.